Moin moin liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Wie gut wird. Heute geht es um einen etwas älteren Spieler, der schon etwas weiter ist. Und es geht um das niederländische, so ist das richtig gesagt, Flügelspielertalent Cody Gagbo von der PSV Eindhoven. Den werden schon einige von euch kennen. Es gibt auch viele Gerüchte, auch mit Bayern dort, dass sie ihn haben wollen, auch mit anderen großen Spielern. Also er ist wahrscheinlich schon so das größte Spielertalent bei der PSV, auch in der Realität, neben Noni Madwekel, den man auch mit anderen machen könnte, je nachdem, ob ihr ihn vorschlagen werdet. Er ist ein Spieler, der links wie rechts einsetzbar ist, natürlich auch vorne im Sturm, aufgrund seiner Größe, ist aber nicht unbedingt der kräftigste, also er ist schon so der wendige, große, schnelle Spieler, den man so kennt, a la Cristiano Ronaldo, natürlich nicht auf dem Niveau, aber natürlich auch einer, der sehr, sehr wohl weiß, was es heißt, gut zu dribbeln. So, gucken wir uns mal seine Fähigkeiten an und da ist er natürlich schon sehr interessant, hat eine gute Schnelligkeit, auch eine gute Beweglichkeit, also kann auch gut von den Leuten weglaufen und hat einen guten Abschluss. Die Weitschlüsse sind gut, sein Dribbling, die Ballnahme, hier war es auf 15, er kann gut flanken, er hat ein gutes Passspiel, hat eine gute Technik, eine gute Übersicht, also überall schon auf einem sehr, sehr guten Niveau, überall zwei, drei Punkte, höchstens bis zu 16, die für mich immer so die Marke ist, dass man da schon herausragend gut ist. Im mentalen Bereich muss er noch zulegen, da finde ich, ist er noch eher unterdurchschnittlich schon unser Schwächste bei ihm und umso interessanter ist es zu sehen, wie gut er sein wird, dann in 10 Jahren, dann mit 32, dann natürlich schon etwas langsamer, denke ich mal, aber auch da interessant zu sehen, wie lange er oder ob er mit 32 Jahren seine Schnelligkeit, seinen Dribbling etc. einigermaßen kompensieren konnte. Von Marke her ist er schon relativ teuer, muss man sagen, 17 bis 51 Millionen Euro, also auch bei der PSW wird er zu den teuersten Spielern gehören, wenn nicht sogar der teuerste Okuhinta-Modwickle, den ich gerade erst genannt habe, und Mario Götze. Götze, so teuer? Okay, hätte ich jetzt nicht gesagt, nicht gedacht mit 29 Jahren, aber gut, das ist ein anderes Thema, heute geht es um Gakbo. So, schauen wir uns mal an, wie er mit 32 Jahren sein wird. Zehn Jahre später, mit 32 Jahren, spielt er nicht mehr in den Niederlanden, sondern hat er dazwischen beim FC Warten gespielt und dann am Ende jetzt bei Startrennen. Was ich jetzt aber direkt zu Beginn sagen muss, klar, er wurde insgesamt um 0,3 Punkte schwächer, aber, obwohl er 32 Jahre alt ist, konnte er seine Schnelligkeit komplett kompensieren, wahrscheinlich wurde er in der Zwischenzeit vielleicht noch ein, zwei Punkte stärker. Sein Antritt ist um einen Punkt schwächer geworden, gut, die Beweglichkeit um einen Punkt, die Ausdauer, die Kraft ist auch ein bisschen schwächer geworden, sein Dribbling um zwei, aber mit 32 Jahren immer noch sehr, sehr gut, kann man immer noch sehr gut auf den Flügel einsetzen. Denn das ist immer so das Problem bei Flügelspielern, wenn die älter werden, weil meistens haben ja Flügelspieler eine gute Schnelligkeit und wenn man älter wird, verliert man die natürlich naturgemäß und dann ist man praktisch, ja, nicht nutzlos, aber verliert sehr, sehr viel von seinen Fähigkeiten. Und dann kann man den eventuell im Zentrum einsetzen oder aber wirklich die Zeit ist vorbei. Aber bei ihm scheint die Zeit wirklich noch nicht vorbei zu sein, ganz im Gegenteil, er hat sich noch mental jetzt vor allem bei der Sache von, ach, in der Nervenstärke um drei Punkte verbessert. So, meine Güte, ich rede teilweise viel zu schnell. Zu dem einen Punkt hier war es die Antizipation, die Entscheidungen und die Führungsqualitäten, nicht mehr allzu viel, aber immer höher, ich habe gesagt, er hatte noch ein bisschen Nachholbedarf, vor allen Dingen auch die Nervenstärke ist nicht gerade unwichtig da vorne, vorm Tor. Aber umso interessanter, ne? So, was ich gerade sehe, Everton hat ihn für nur 11 Millionen Euro gekauft, also wahrscheinlich, vielleicht ist er nur am Anfang so teuer und nach der Zeit wird er etwas billiger, auch weil er ein bisschen älter wird. Dann war er, glaube ich, schon etwa um die 25 Jahre alt, der Gert, Guteherr, Gagpo. Ja, man sieht auch in der Premier League, kann er einigermaßen mithalten. Ich nenne es der ganz große Spieler. Das, was du kaufst, das kriegst du auch und auch in der Zukunft wird dann nicht mehr viel passieren. Ich finde, ein fertiger Spieler, wo ihr vielleicht warten solltet oder zumindest so lange verhandeln solltet, bis der Marktwert nicht allzu hoch ist, weil am Ende macht ihr zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht schon eher ein Minusgeschäft, wie ich finde. Ja, das war es dann mit Cody Gagpo. Trotzdem ein interessanter Spieler, der, wie gesagt, seine Schnelligkeit noch einigermaßen gut hochhalten kann, auch im Alter von 32 Jahren. Ja, das war es dann. Ja, das war es dann.